Hallo, ich bin Caillou. Magst du die Schlafenszeit? Ich liebe sie. Meine Schwester Rosie liebt sie auch. Mama und Papa haben unsere Schlafenszeit wirklich lustig gestaltet. Es müssen so viele Sachen erledigt werden. Möchtest du dich zu uns gesellen? Dann können wir schön schlafen und morgen wieder von Neuem beginnen. Lass uns anfangen! Es gibt jede Menge Aktivitäten, die wir machen können, um uns aufs Schlafengehen vorzubereiten. Auch mit Rosie. Mal sehen, wie die Schlafenszeit heute aussieht. Ein Gute-Nacht-Lied singen, Pyjama anziehen, Abendessen, Zähne putzen. Hm, womit sollen wir anfangen? Singen wir ein Gute-Nacht-Lied für Rosie, damit sie leichter einschlafen kann. Berühre die Musiknoten, um das Gute-Nacht-Lied zu spielen. Wow! Was für ein schönes Gute-Nacht-Lied! Das hast du gut gemacht! Weiter! Pyjama-Zeit! Tippe auf eine Schublade, um sie zu öffnen. Ich liebe das! So kuschelig! Ich liebe diesen Pyjama! Damit werde ich sehr bequem schlafen. Bald ist Schlafenszeit! Gut gemacht! Ich kann das Abendessen gar nicht mehr erwarten. Tippe auf die Mahlzeit, um sie zu essen. Fantastisch! Hm, Nachtisch! Essenszeit! Hm, das Abendessen war lecker! Das hat Spaß gemacht! Was jetzt? Zeit fürs Zähneputzen! Zieh eine Zahnbürste in meine Hand. Reibe deinen Finger an der Stelle, wo die Zahnpaste drauf soll. Ausgezeichnete Arbeit! Schrubbe jetzt meine Zähne, um sie zu putzen. Super! Wasche meine Mund aus. Strahlend Weiß! Das hat Spaß gemacht! Gut gemacht! Nun, da unsere Schlafenszeit erledigt ist, sind wir bereit für das Land der Träume. Gute Nacht! Smash שה die zähne von Berast